Die Drei-Dachdeckerei GmbH ist seit über 30 Jahren unter anderem spezialisiert auf Dachsanierungen. An diesem Mehrfamilienhaus wurde vom erfahrenen Team eine Asbestsanierung gemäß TRGS 519-521 fachgerecht ausgeführt. Nach der ordnungsgemäßen Demontage des Eindeckmaterials wurde die oberste Geschossdecke energetisch saniert. Auf der Satteldachfläche wurde eine einlagige Hightech-Bahn aufgebracht. Wollen auch Sie Ihr Eigenheim energetisch sanieren? Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter.